Rosalinde Haller ist an Covid erkrankt und befindet sich bereits am Weg der Besserung. Auf die Tagesenergien von Rosalinde brauchen Sie dennoch nicht verzichten. Tagesenergien Sonntag, 27.02.22 Es ist der Fasching Sonntag. Ehe nach gesetzlicher Möglichkeit sollten Sie heute versuchen etwas zu feiern. Die Energie wäre genau richtig dafür. Zumindest sollten Sie ausgehen, sich präsentieren, zeigen, dass Sie da sind. Zu Hause baut es Sie auf, Ordnung zu machen, vielleicht auch schon die ganz dicken Wintersachen wegzuhängen. Die Lebensfreude ist jedenfalls spürbar und das gibt Ihnen viel großzügige Gedanken und Handlungen. TV 21 Austria Einfach anders!